Liebe Konzertbesucherinnen und Besucher, liebe Chorsängerinnen und Sänger, wir leben seit über zwei Jahren in einer verrückten Zeit. Die Corona-Pandemie hat uns immer wieder gezwungen, dass wir selbstverständliche Begegnungen, liebgewordene Rituale und erst recht größere Planungsvorhaben einschränken oder verändern mussten. Das trifft nun auch die geplanten Aufführungen des neuen Poporatoriums Hashtag Himmelreich. Wir hätten zu Beginn der Arbeit an dem Werk nie für möglich gehalten, dass wir mit dem Projekt in einer so turbulenten Zeit landen würden. Alles war sorgfältig und langfristig geplant und organisiert, sodass es nun im Frühjahr 2022 mit den vorbereitenden Proben losgehen sollte und im Herbst diesen Jahres die Aufführungen stattfinden können. Die Prognosen der Pandemie sind eigentlich längerfristig optimistisch, sodass so ein Chorprojekt auf den ersten Blick als Impulsgeber für eine ja dringend benötigte Aufbruchsstimmung in der gesamten Chorlandschaft genau richtig zu kommen scheint. Bei näherem Hinschauen, Hinhören und vor allem im Austausch mit Vertretern der Veranstaltungsbranche mussten wir aber erkennen, dass wir nicht um eine Verschiebung des Projektes herumkommen werden. In weiten Teilen der Veranstaltungsbranche wird in diesem Jahr mit sehr geringen Auslastungskapazitäten bei Festivals oder Hallen Großveranstaltungen gerechnet. Das liegt zum Teil an Corona-bedingten Vorgaben, zum Teil aber auch an der nach wie vor vorherrschenden Zurückhaltung des Publikums, sich in solche Veranstaltungen hinein zu begeben. Für unser Poporatorium würde das sowohl aus wirtschaftlicher Sicht als auch vom eigentlichen Ziel der Veranstaltung, viele Menschen in einer Chorgemeinschaft und in sinnstiftenden Konzerten zusammenzubringen, ein unüberschaubares Risiko beinhalten. Auch die Rahmenbedingungen der zahlreichen Chorproben in zehn verschiedenen Bundesländern ließen sich nicht abschließlich und verbindlich klären und hätten an vielen Stellen durchaus zu Spannungen führen können. All das hat uns bewogen, die Gesamtveranstaltung zu verschieben. Auf diese Idee sind allerdings nicht nur wir mit unserer Veranstaltung gekommen, sondern ebenso zahlreiche andere Künstlerinnen und Künstler sowie deren Konzertagenturen. Und aus dem Grund war es nicht leicht, überhaupt Aufführungstermine zu finden, bei dem die Parameter unserer Gesamtorganisation sich so abbilden lassen, wie wir es benötigen. Schlussendlich, nach vielen Verhandlungen und Überlegungen ist es uns aber gelungen. Die regionale Probenarbeit für das Werk soll nun nach den Sommerferien 2023 beginnen und bis ins Frühjahr 2024 reichen. Sie mündet in einem großen gemeinsamen Probenwochenende aller Akteure in der Lockhalle in Göttingen. Die Aufführungen des Poporatoriums Hashtag Himmelreich finden dann am 20. und 27. April 2024 in der Barclay-Card Arena in Hamburg und in der großen Messehalle in Erfurt statt. Damit gibt es nun eine neue Projekt- und Aufführungsperspektive. Die bereits erworbenen Konzerttickets behalten ihre Gültigkeit und wir schauen gemeinsam darauf, dass dieses große Musik- und Gemeinschaftsfest dann im Frühjahr 2024 zu einem herausragenden Erlebnis für alle Konzertbesucher und Mitwirkenden wird. Darauf freue ich mich sehr!